hallo und willkommen zu einer neuen folge fortnet mit mir den hier schaffte a.k.a. max a.k.a. keine ahnung old skin weil keine ahnung cool leute ist es schön dass wieder eingeschaltet hat danke dafür leute ich hoffe euch wird die folge genauso gefallen wie die anderen folgen by the way freund und freundinnen ist heute wieder da leute heute leute werden wir den epischen sieg hohen ich finde ich weil die letzte runde schon fast gewonnen die hatte die hätte mich noch zweimal hinten müssen mit der waffe und dann wäre ich tot gewesen ist aber egal leute wir werden dieses ding wieder rasieren weil wir sind einfach og battle royale profi gegen die anderen weil wir sind cool die nicht kapper ich hoffe euch geht's gut mir jetzt auf jeden fall gut und freund und freundin geht's gut super heute ist das mal nicht dabei leute weil das leider nicht kann aber beim nächsten mal wieder leute wir sehen uns einfach gleich wenn wir in der map sind und aus dem bus springen bis gleich okay leute es geht los wir fliegen wieder auf die insel zu wir sind alle auf stummen bitte was heißen alle ich bin ja nur mit evie da wir landen wieder bei so wie gesagt endkampf ist immer in tilltowers leute wir können das gerne auf andere städte machen aber tilltowers hat die größte stadt und deswegen wo wir hin weil wir woanders sind wir könnten wir da hinten ich weiß auch nicht wo freundin freundin ist die leute da unten seht ihr es schlau aber zählte kommen wir gegen crazy groov wir lieben crazy groov leute wir müssen nach crazy tut mir leid schiffti wollen wir in schiffti gehen oder grazie grazie wollen wir schon mal gehen nach schiffti sorry leute für den kleinen schnitt bei mir ist die stimme immer noch ein bisschen angeschlagen nein aber bin ich dumm ich habe die kiste aber jetzt hier hoch gehen können ich bin so dumm egal egal leute es gibt noch mehrere kisten diesmal den sprint back nicht jedenfalls bis jetzt nicht und das ist eigentlich ganz gut wir werden jetzt das ding holen leute ihr wisst wir sind die minecraft survival games profis leute wenn ihr mal wieder bock hat dass ich mal wieder mod projekte mache dann schreibt es mir gerne mal in die kommentare würde mich interessieren ich habe ja momentan auch noch ein mod projekt am laufen und das ist halt auch momentan bei mir ein bisschen stillgelegt wenn ich ehrlich bin also nicht stillgelegt ich mache schon noch bloß wie gesagt wie ich auch schon zu anderen projekten habe ich muss die lust haben deswegen hoffe ich dass die anderen mir das im projekt nicht übernehmen ich komme auf jeden fall wieder online aber momentan halt nicht weil keine ahnung die luft bei mir raus ist aber wird noch gemacht oh gott nein bist du dumm so habe ich zur waffe gewechselt ich weiß nicht warum ich zur waffe gewechselt habe nix krasses ok ich bräuchte mal munition hier gibt es richtig wenig munition auf dem map habe ich das immer das gefühl gibt es hier unten ist eine kiste cool das erinnert mich irgendwie an kapitel 3 daher kenne ich ja die ganzen orte auch noch ein bisschen sonst hätte ich das bestimmt schon seit season 1 vergessen oder so so nehmen wir uns mal mit und hoch hier ich habe schiff die auf jeden fall vermisst auch eine richtig geile stadt gewesen also minschacht stadt wie man es nennen möchte oh leute ich bin ein bisschen müde ich weiß nicht warum ich habe eigentlich genug geschlafen leute leute wieso bin ich müde kann mir das jemand sagen wo kommt mir nicht mit wenig schlaf ich schlafe wirklich wenig das stimmt wollte ich nur mal anmerken hat zwar nichts mit dem thema zunahme trotzdem hier ist nun okay ein bisschen munition habe ich jetzt wird aber nicht gegen sie reichen tatsächlich hier ist noch mal was ja hier und hier weil ich könnte immer jede fünf minuten anfangen zu gehen das ist richtig komisch ich habe eigentlich genug geschlafen mann was ist denn los mit dir so bist du müde hey und ist ohne kiste okay sorry leute da war wieder ein cut gehört dazu gehört dazu leute es tut mir leid ich werde schon versuchen was dagegen zu tun das ist die nächsten mal nicht mehr passiert ist aber egal leute diesmal schaffen das noch das haltet ihr durch den schlafenden max hier ist noch eine kiste und dann gehen wir mal nach crazy zurück nach tiltet und rasieren sie mal weg weil bessere waffen kriegen wir nicht mehr raus und dann wollen wir mal zurück ich glaube wenn ich mich nicht irre geht es da lang das ist ja ok so krass kenne ich mich nun auch nicht mehr aus erster se ja 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 hier geht es erzählt leute ich weiß noch früher damals konnte man nie sprinten oder sonst sowas oder das leiden auf dem boden und merkt man damals habe ich es nicht so schlimm für fünf für schlimm entfunden aber jetzt irgendwie schon aber es ist cool leute ist mal was anderes ein bisschen flexender da ist tiltet wir können hier mal ganz hoch gehen hier oben ist da auch nochmal ist da vielleicht auch noch eine kiste wäre cool ja aber oben hier ist hier oben kann ich echt ja nichts dazwischen und was ist da drin Mist so wenn wir das nehmen wir das hier mit die baut da was ich hätte jetzt schießen können weil ich hatte ich wollte eigentlich den kopf treffen vielleicht treffe ich ja nur ich muss ein bisschen aufpassen leute ich weiß nicht wo sie ist aber wenn sie mich sieht ist vorbei verdammt verdammt Mich gesehen hat sie mich jetzt echt gesehen Ich weiß auch nicht so ich lass es ich lass es Okay ich hab sie ich hab sie ich hab sie Okay Okay Und wir backen Okay Okay Komm Okay Okay sie ist runter sie ist runter sie ist runter Okay Okay Das war dumm Das war sehr dumm Sie ist runter Mensch wo ist sie denn Hä Hä Ich versteh es nicht Das Problem ist Es kann auch sein dass sie ganz woanders ist Könnte auch sein dass sie Ne Und Das ist An okay ich hab's gewonnen okay stark stark war eine starke runde okay leute ich hoffe ich was hast du du auch ich hoffe ich hat die folge gefallen lasst gerne abonniert wenn ihr es nicht getan hat aktiviert die glocke ist die kein weiteres video verpasst schon wie schon das flink wenn ihr mehr folgen mit evi sehen wird dann schreibt es einfach in die kommentare oder lasst ein like da bei 20 leicht kommt die nächste folge in dem so eine lauterin bis dann und ciao Leute